Willkommen in der Hochschul- und Kreisbibliothek der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. In diesem Video geht es um die Bedeutung und Beschaffung von Normen. Dazu will ich Ihnen im ersten Punkt die Bedeutung von Normen verdeutlichen und im zweiten zeigen, wie Sie möglichst kostenfrei an die Normen herankommen. Die Bedeutung ist enorm, denn Normen dokumentieren den Stand der Technik. Normen ermöglichen weltweit Austauschbarkeit, Vergleichbarkeit von Produkten und Dienstleistungen. Allein in Deutschland beträgt der wirtschaftliche Nutzen ca. 17 Milliarden Euro pro Jahr. Normen stärken die Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Entwicklung. Normen schaffen vor allem die Märkte der Zukunft. Dazu das Beispiel China. 1985, noch ein Entwicklungsland, trat der ISO bei und die Entwicklung der chinesischen Normen ist kolossal. 1980 waren es 6.000, 2021 sind es bereits 120.000. Da passt das Zitat des Werner von Siemens. Beim Wettlauf um Standards und Normen geht es um Geltung, aber auch um Gewinne. Wem der Standard gehört, dem gehört der Markt. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie sich mit Normen befassen und ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie kostenfrei an solche Normen kommen. Erstens kann man Normen zur Einsicht beim Beuth-Verlag sehen, natürlich auch kaufen. Zweitens, in Hochschulbibliotheken finden Sie zahlreiche DIN-Taschenbücher oder CD-ROMs. Das hat den Vorteil, dass Sie zu einem Fachthema dann alle relevanten Normen gleich in einem Exemplar haben. Die dritte Möglichkeit ist natürlich die beste. Sie gehen in einen Normen-Info-Point. Das sind in der Regel die Hochschulbibliotheken oder auch per Fernzugriff in die Datenbank Nautos. Und Nautos liefert Ihnen den Zugriff auf alle Normen. Die Suchmaske von Nautos ist so einfach aufgebaut, dass Sie im ersten Schritt, wenn Sie die Norm oder die Nummer schon wissen, eintippen können. Zweitens können Sie über diese Normenklasse recherchieren, die ich Ihnen im ersten Video zeigte. Oder drittens einfach ein Stichwort eingeben als Freitext-Suche. Das war ein ganz kleiner Einblick in die Bedeutung und die Beschaffung von Normen. Und ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Freude bei den weiteren Videos zum Normen-AWC. Das war ein ganz kleiner Einblick in die Bedeutung und die Beschaffung von Normen-AWC. Das war ein ganz kleiner Einblick in die Bedeutung und die Beschaffung von Normen-AWC.